das gab ein von Dünn und sogar in der Kontrolle hier sind in der Welt und beim Rudi ich habe die Abbrüderung die Abbrüderung des Spiels ich bin jetzt gegen gegen das Flockenluder Flockenluder richtigen Ruder vierter Warten bei der Leuchttemberg die es mehr Sprengungen das ist echt ein Mädchen das ist echt ein Mädchen ich guck mal hier im Profil Russisch Vereinigten Staaten so geht es das ist wirklich mit der Welt vor Ort in Deutschland bei uns die Köln mein Gott wir brauchen bei Mitspieler ich glaube ein paar von den letzten Spielern das ist ganz Schocki du schlägst eh auf das das ist die Mütze Lass mal losbleiblob im Lobby Bestnissen gucken wieso ist die Besser es ist die Mütze das ist immer gut terminale Terminale ähm mhm der läuft immer man wenoon die hauen uns jetzt weg die hauen uns zu tausend prozent weg man das ist klar ich gebe mal blinde überwache atem täter lagebericht suchen und zerstören aber ich glaube flocken oder kommt das ösi oh mein gott lockt mich doch nicht du bist ich fall darunter wo ist denn das mädchen Pass auf, die sind zu zweit da. Geh weg von der. Geh nicht hin, geh nicht hin. Ah, ist doch scheißegal, trotzdem, wenn man eine Pussy ist, ist man eine Pussy, Mann. Geh weg, wenn sie mit mir chatten. Ah, super für ihn, ey, ganz schön. Hey, Raze, du hast schon gelesen, Black ist doch auf, 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 auf. Alter, und der Portschmude, ist meine Werbung. Nee, nee, ist der K1, Jungs, Black ist doch auf. Läuft. Oh, kassiert, oh. Oh, richtig krassiert. Du hast Kloppenluller kassiert. I am Demo. Der ist wahrscheinlich so, Iron, der hat wahrscheinlich noch nie eine Pussy. So, jetzt machen wir hier mal Konzentration. Ich habe auch Konzentration, aber hör mich dazu. Drei, zwei, eins, let's go. Ist okay. Hey, die rennen, eh, Rudi, die rennen hier gleich voll durch, anziehend. Bitches. 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 Ich habe einen Herzschlag-Sensor. Pass auf, ich habe einen Herzschlag-Sensor. Pass auf, drei Leute da. Drei Leute da. Einer mit dem Sniper ganz vorne. Ich habe ihn gesehen. Ich habe einen Herzschlag-Sensor, pass auf. Sei mal ruhig, ich muss mich hier hören. Die Luder-KZ! Ja, nice! Bereit machen für die nächste Runde! Die Luder-KZ! Bin ich, bin ich, bin ich! Suchen und zerstören! Ich habe ein Dröhnchen! Ein Dröhnchen? Ich wacke ihn meinen Koffer in den Dröhnchen. Woher denn? Was? Wieder. Vollbang. Look, er ist schon wieder am Gummeln da. Woher denn er ist schon wieder am Neruyen-Stein? Drei! Der Herrschlag. Ich habe ein Geräte in den Ronald-KZ. Beide ich mit mir, einen Dröhnchen. Das ist ein kleines Trauma. Wir haben noch eine Vorhütte. Wo kann ich den denn hier hinbauen? Da vorne. Komm mit. Jo, freut ja stark. Oh, ein Blitzschlag. Was? Ich wurde von meinem eigenen Blitzschlag getötet. Ich wurde von meinem eigenen Blitzschlag getötet. Die waren alle auf der Treppe, Mann. Guck dir die an. Ja, die Bombe ist passiert, Jungs. Los geht's. Die sind ja bei der Bombe. Ja, ich meine die anderen. Der entschärft einer, gell? Du bist ja auf der Treppe von meinem Schaden. Ich bin von meinem Schaden, Max. Ich bin von meinem Schaden. Ich bin von meinem Schaden, Max. Wer den läuft oder? Wollen wir gerne noch mal runter machen? Oder beenden wir das Lauf? Ja, können wir noch mal. Erst mal hier was trinken, meine Freunde. Ich bin von meinem eigenen Blitzschirm gestorben, bei mir läuft...